Hallo, moin. Hey, Jakob, Digi. Hi. Heute schnacken wir in Lübeck und Wismar, also im Westen und Osten, mit den Leuten über die deutsche Einheit. Und wir starten jetzt hier in Wismar? Alter, du machst mich so fertig, ey. Ach so. Na los jetzt. Was ist das Beste am Tag der deutschen Einheit? Ich hab frei. Wie steht das in Deutschland mit unserer Einheit? Ja, leider noch nicht weit genug entwickelt. Weil die niemals in einer Demokratie groß geworden sind, sondern in einer Diktatur. Wie geeint sind wir nach 27 Jahren? Noch nicht so, wie es sein sollte. Was könnte noch besser laufen? Na ja, so Ost-West-Konflikte stehen noch im Raum. Wir sind eigentlich froh, dass wir nicht West waren, sondern Ost waren. Arbeitsmentalität, da sind wir Ostdeutschen, glaube ich, ein bisschen besser. als die Westdeutschen. Was könnte denn der Wessi noch lernen vom Ossi? Alles. Tja, was können wir von denen lernen? Ja, ich denke mal, die sind ein bisschen gemütlicher, ne? Nicht so verklemmt. Die sind nicht so verklemmt? Immer schon FKK gemacht, ne? Ja, genau. Der Osten feiert besser. Der Osten feiert besser. Das weiß ich nicht, ich kenn die ja nicht. Kennt ihr gar keine Ostdeutschen? Nur normale wie uns. Manchmal merkt man auch so dieses typische Wessi, so ein bisschen abgehoben und ja, ihr aus dem Osten so. Die haben dreimal Begrüßungsgeld abkassiert, Personalausweis auf dem Führerschein und noch auf dem Impfschein. Und dann sind sie alle gleich nach Karstadt gerannt. Würdest du sagen, es gibt ein Bundesland, auf das wir in Deutschland verzichten könnten? Bayern. Ich fühl mich als Norddeutscher. Ja, wir ja auch, ne? Er nicht, er ist aus dem Süden, ne? Ja, macht auch nix, Jakob. Da ist inzwischen eher so die Grenze, oder? Ja, oder? Wir sind sowieso auch gar keine Einheit. Ich würd sagen, jetzt mach du mal dein Ding, ich mach mal ne Einheit mit den Zweien und geh mir den einfach mit. Wir treffen uns dann nächste Woche wieder, ne? Also, geben wir noch ein Eis essen. Ich geb ihm ne Runde aus. Ich weiß gar nicht, wo sie den aufgegeben haben. Ich hab im Falle auf dem irgendwo oder so. Ich hab im Falle auf dem Weg.